Pokécamping. Oh ja, das ist doch wundervoll, nicht wahr, Leute? Ich meine, man kann da schön etwas kochen. Also man wählt das solche Beeren aus und man kocht etwas Hübsches, ein hübsches Curry-Gericht. Manchmal ist es nicht so hübsch, manchmal schmeckt es vielleicht nicht so gut, aber wir essen es trotzdem, denn unsere Pokémon mögen es. Oh ja, auf jeden Fall ist das Kochen auf jeden Fall ganz cool, denn das machen wir. So, also los geht's, Leute. Schnell, schön, schön Luft zu fächeln. Oh ja, ja, das Feuer muss wachsen, wachsen, entwickle dich, entwickle dich. Oh ja, entwickle dich zu dem krassen Lagerfeuer, Lagerfeuer, los, Lagerfeuer. Ja, 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 los, los, los. Oh, da kommt schon das erste Pokémon und zwar, äh, wie heißt das nochmal, Kramor, 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 ich hab deinen Namen vergessen. Auf jeden Fall gut umrühren, Leute, gut umrühren. Oh ja, ja, das machen wir ganz gut, ja, ja, easy peasy, ja. Oh, ich glaub, ich hab ein bisschen verschüttet, aber ist nicht so schlimm. Naja, ist nicht so schlimm. So, okay, weiter, weiter rühren, ja, jawohl, jawohl, es klingt sehr schön, das heißt, das ist sehr, sehr gut. Es ist sehr gut, ja, es ist sehr, es riecht schon sehr gut. Und noch ein bisschen Liebe, rein ein bisschen Liebe, Liebe, äh, nein, nicht so, okay, Liebe. Äh, auf jeden Fall, das war meine Liebe. So, ja. Und, guten Appetit. Ja, sehr schön, und da freuen sich alle. Äh, na los, sogar der Stein da hinten freut sich. So, da war ein bitteren Lauchcurry. Äh, na ja, äh, na ja. Ja, runter damit. So, es war auf. So, ja, jawohl, 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 jawohl. Ja, schmeckt gut. Na ja, mir würde es wahrscheinlich nicht schmecken, aber egal. So, so, ja, da würden schön, eine Startungsprobleme, Erfahrungen gibt es auch noch. Und, ja, ganz schön krass. Was noch krass ist, ist, dass man, äh, mit Pokémon spielen kann. Ja, man kann mit denen spielen, das ist, das ist richtig cool. Man kann so einen Ball werfen oder so ein Ding wedeln. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber man wedeln das. Und, und dann greifen die Pokémon das Wedelding an. Weil, wir machen die irgendwie, äh, Freude-aggressiv. Oder, keine Ahnung, was wir da machen. Auf jeden Fall ist es ganz cool. Äh, ja, das Vögelchen freut sich da, der Rabe da. Ja, das gefällt dir, ne? Ich habe einen Ball. Oh, und was machst du? Oh, Ball. Äh. Oh, Ball, Ball. Mein Ball. Äh. Ball, abonniert Roxen. Oh, okay. Ball, Ball. Ähm. Ich bin hier. Wenn du es mit dem Ball bringen willst, ich bin hier. Ball, Ball. Ball, Ball. Ähm. Ball, Ball. 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 Ja, gut. Na ja, Leute, auf jeden Fall, das war es jetzt. Und, ich hoffe, es euch gefallen. Wenn ja, schön liken und abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten, wir sehen uns bei nächstem Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Boi, bai. Bih, bai. Bih. Bih. Bih, bai. Bih. 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 Vielen Dank.